So, da sind wir wieder bei New Super Luigi U. Wir haben im letzten Part das S-Level des Superstar Boulevards freigeschaltet. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Und das nennt sich Superstar Boulevard 1 Knochenbein und Blumenmeer. Oh, Blumenmeer. Ja. Und das ist wieder ein Blind Level. Ah, ne, oder? Für mich schon. Ja, für mich nicht. Und wir haben immer noch die Baby-U. Das ist voll nice. Wow. Alter, alter, alter. Oh. Ja. Help me. Oh, Junge. Help me. Alter. Help me. Help me. Ich glaube, das funktioniert nicht. Help me. Ja, ich merk's. Oh, da war ein Starkwein. Ja. Schon noch verpasst. Oh, das war die letzte. Okay. Alter, jetzt reicht's aber langsam mal hier. Nein. Ja. Aber das ganze Level nur so versucht, zu dir zu kommen. Auf festem Boden zu stehen. Aber voll geil, das Level. Ja. Vor allem mit dem Baby-Yoshi. Oh, gleich nochmal. Ja. Normal. Diesmal versuchen wir, alle Starkweins-Eins zu sammeln. Wie sieht's aus? Wie wir gerade schon so schön im 100%-Run sind, ne? Ach, ich hab jetzt mich schon mal gesprungen. Äh. Wie ist es auf dich gewartet? Alter. Was geht's? Nein. Gut, einer ist in der Mitte. Starkwein. Und der andere ist, äh, unten. Okay. Na, dann sammle ich das in der Mitte ein, ne? Ja. Boah, das ist richtig einfach, ne? Kann man einfach essen. Oh, da war ein Starkwein. Auch lecker. Und noch eine. Alter, wie easy. Easy. Oh, scheiße. One up. Und wieder 18 Leben. Alter, richtig geil. Man, die Baby-Yoshi sind immer noch dabei. Und ich hab, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel über 10 Leben. Ja. Im letzten Mal auch schon. Ja. Wow, nice. Okay. Okay. Dann geht's jetzt weiter mit dem 100%-Run. Mit allen Starkweins in Welt 2 der Sandkuchenwüste. Sandkuchen sind lecker. Ah, sowas ist Paul-Meister also in seiner Freizeit Sandkuchen. Küchen. Ja, dann schauen wir erstmal auf unserer schlaue Liste. Und sehen hier, dass wir Sandkuchenwüste 1 gar nicht machen müssen, sondern gleich mal Sandkuchenwüste 2 fortfahren können. Das ist doch nice. Ja. Und jetzt, da du dein Item nicht mehr hast. Nee, lass doch. Aber du hast dein Item nicht mehr. Ja, das schaffe ich schon. Okay. Los geht's mit Sandkuchenwüste 2. Grawl-Prolls. Auf der Poké-Party. Poké-Party. Dafür wählen uns die letzten 2 Star-Coins. Exakt. Oh, oh, oh. Die können wir nicht essen. Oh, das war schön. Okay. Für welchen wollen wir uns entscheiden? Ich entscheide mich für den Baby-Oshie. Ja, dann beile ich ihn auch mal. So, die erste Star-Coins war ja hier links. Wenn man da links hingegangen ist, hier. Ist die da erschienen. Da haben wir schon. Nee, warte, nee, dann nehm ich mal hier den hier. Kann man das nicht essen hier? Ah, doch. Jum. Jum. Dann kann ich den hier absteigen, Arfe. Wow. Oh, da stört man. So vorsichtig sein und immer schön auf die Zeit achten. Kann ich schneller rumgehen, als man denkt. Lecker. Ich glaube, hier muss man nur die Köpfe nehmen. Genau. Wow. Okay. Und hier... Was ist das hier? Duck dich! Ja, da war die zweite. Leider nur noch klein, aber... In einem Hand, das ist klar. So, und die letzte. Vorsicht, Zeit. Nur noch 7,3 Sekunden. Ja. Oh, schau so. Oh, 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 oh. Da ist sie. Hier. Der Vollmeister hat sie eingeladen. Guck nicht. Oh nein, 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 nein. Baby Yoshi. Okay, willst du ihn noch schnell holen? Ja. Alter, geh hoch. Oder so. Ja, wirklich? Der Vollmeister stirbt noch mal. Schön. Zum Abschluss des Levels. Nein. Nein. Ja, hi. Wer auf dir drauf? Ja, hier wär's. Ja, meine Flasche. Ja, hi. Ja, hi. Alter. Klar. Wie lange wir den Baby Yoshi behalten? Ja, dank mir. Also, momentan, dank mir. Ja. Cool. Das hätten wir. Dann schauen wir doch mal wieder auf unsere schlaue Liste und sehen, dass wir erst, äh, dass wir schon mit Sandkuchenbürste Burg fortfahren können. Wo sind wir das doch mal? Wo sind diese, äh, in diesem Dings hier, welchem Level ist hier der Secret Exit? Erstmal nehmen wir uns wieder ein Item. Secret Exit, äh, ja, das weiß ich noch. Noch nicht. Alles klar. Erstmal geht's ab ins Tote House. Ja, mit den Sternen, okay. Ja, ich den Filz. Wer hätt's gedacht? Okay, ganz links. Mitte. Yay. Das hat sich echt gelohnt. Klasse. Okay. Dann geht's jetzt weiter mit der Burg. Und die nennt sich folgendermaßen. Trauma im Turm der bewegten Sterne, da fehlt jetzt nur die erste Starcoin. Die erste Starcoin. Oh, dann hast du das. Ja, da hör ich echt ein Trauma von, ey. Wow. Okay. Ah, da war sie. Das war die erste. Die sterben. Oh, Alter. Da kommt auf einmal von Himmel gefallen, ey. Oh, ich glaub, das sind Items, die ich nicht haben will. Danke. Okay. Ups. So, hab ich jetzt mein Item immer noch behalten oder wieder? Ne, ich hab's wieder, ne? Ja. Scheiße. Wow. Okay. Also eigentlich nur noch abzunzulieren. Oh, oh, oh. So, ähm. Mach du mal. So. So. Ganz easy. So, das ist hier mein Meisters Item. Achso, da hast du noch. Ja, das war alles super. Und vielleicht ist hier noch eins? Ja. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Okay. Dann ab zu Burm-Burm. Auf ihn bezwingen können. Ach, das kriegt ja hier die Flügel. Ne, ich glaube, er dreht sich, oder? Ja. Wirbelattacke. Hat der denn Wirbelnummer oder was? Wow, Alter. Alter. So. Oh, nein. Wie das aussieht, Alter, wenn ich ihn so einschiebe. Mach mal. Nein. Hä? Boah, ich stand auf dem Eislog immer drauf, den wir da stellen. Herrlich. Gut. Hätten wir das auch. Schaffen wir wieder eine ganze Welt in diesem Pfad. Ich denke nicht. Aber schauen wir mal. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Oder andersrum. Den Tag vor dem Abend. Äh. Du weißt schon. Das Gegenteil von loben. Ähm. Verantworten mit Sandkuchenbüsse 4. Okay. Ach komm. Na also. Hallo. Was anderes machen jetzt? Dankeschön. Und jetzt ist unser Inventar sogar voll. Ja, dann müssen wir jetzt wohl was auswählen. Nö, müssen wir nicht. Doch. Weil sonst ist es voll und das ist blöd. Ja, okay. Meine Eichel für mein Master, weil wir jetzt sowieso wieder ein Haus haben. So, Lebenhaus. Alles klar. Jetzt mach ich mal links, ja? Okay. Abwechslung. Oder ich mach in die Mitte. Ne, ich mach links. Oh nein, hier bin ich gar nicht geübt. So, was mach ich jetzt? Links ist so viel schwerer. Okay, ein Leben. Zwei Leben. Wow. Nein. Nein. Ach, scheiße. Na, wow. Drei. Äh, zwei wieder, glaub ich. Alle. Oh, nee. Nein. Ich glaub immer noch zwei. Hab ich. Drei. Nein. Verdammt. Ja, ich glaub zwei hab ich. Ich bin, glaub ich, entweder neutral oder eine Minus. Ja, ich meine Minus. Ja. Okay. Ne, halt, da warst du neutral. Ich hatte ja auch zwei. Ja, neutral. So, auch gut. Haut mal ab, ihr Penner. Bitte. Ey. Wow. Nicht so bedräng, bitte hier. Mann, die Scheiße, Alter. Alter, jetzt geht doch mal was anderes hin. Ah, nein. Da kann man was woanders hin. So, jetzt nochmal. So. Sehr gut. Okay, da gehen wir später rein. Oder? Ja. Äh, ja. Also, mit fünf gesagt, oder? Nehmt vier. Und vier. Hier gab's den Secret Exit. Genau, jetzt ist der Secret Exit. Hier sind die erste Starcoin und der Secret Exit. Ich hab 25 Leben, Alter. Rekord. Oder? Glaub schon. Also, in dem Spiel zumindest. Rekord. Track Rekord. Hä? Sie tun so gut, dass du da... Ah, ja, hier. Äh, warte. Kurz weglegen. Bam. Einfach, weil sie die Stadtwartdacke machen. Ah. Voll easy, ne? Eigentlich. Und wir haben die... Weibyerschießen immer noch einfach. So, hier war es, glaube ich... Was war hier nochmal? War hier, ist die Exit? Oder was war hier? Jetzt hab ich mir irgendwie total... Ah, nee, den will ich behalten. Haben wir jetzt auch behalten, oder? Ja, ja, du hast ihn, glaube ich, behalten. Ja, ja. Das ist sogar schon da. Das ist schon vorgelaufen, ne? Ey, ich will auch einen. Hä? Das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Jetzt kann ich mich sogar noch dran erinnern, aber ich war mir nicht sicher, ob der... Dann geb ich den dir. Warte, ich... Scheiße. Äh, komm mal zurück. Vielleicht ist ja da was. Ja, wir haben doch alles. Ja, wir haben alles. Nur, nur der Secret Exit. Nö. Vielleicht hier. Autsch. Kann ich mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr so gut dran erinnern, wo der war. Hier ist er bestimmt schon... Wow. Was? Oh, ey. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Äh. So, vielleicht hier. Ach, der eine Mini-Pilz. Hier. Alter, wie schwierig, ne? Und was ist da mit der Mini-Pilz-Röhre? Ne, das ist irgendwas anderes, Unwichtiges. Okay. Boah. Wie ist schon was hier los? Blau. Nein, komm mal. Ja. Scheiße, Mann. Fikal-Analyse. Dich, du Penner. Sehr gut. Das war der Secret Exit hier. Das Level haben wir jetzt nun auch komplett. Kompletto. Kompletti. Ey, komm mal auf so'n Eisblock. Berg, ja. Okay, dann schauen wir mal auf unserer schlaue Liste, weil jetzt nächstes dran ist. Sandkuchenhüsse 5. Alles klar. Das machen sich, glaube ich, hier, oder? Ja, exactly. Steinspikes am Laufenden. Dann. Boah, das war eigentlich ganz einfach, halt dir da alles da zu erhalten. Oh nein! Scheiße, hab ich außer dem Mario-Steuer verwendet. So, jetzt haben wir die Regi-Steuerung wieder gechooset hier. Weil, ist einfach besser. Oh. 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 Nein. Nein. Oh, tschuldigung. Oh. Ach, das war die... Die... Ich hab'n hier lange voll einfach. Scheiße. Was soll ich einsammeln? Nein. Nein. Oh. Was? Ja, als hätte ich... Als hätte ich das ahnen können. Das geht ja richtig flutschig hier, ne? Mhm. Das flutscht. Schauen wir mal auf die Liste. Es geht mit 6 damit. Keine einzige Star-Könung, leider. Aber kein Problem. Das sammeln wir jetzt. Warten auf Lucky 2. So warten. Wir müssen gleich den warten. Ja, vielleicht... Oh nein. Vielleicht brauchen wir den für eine Star-Könung, nämlich. Ja. Und hier ist schon mal eine. Oh, Gott. Oh, oh. Ist mich geopfert? Ich würde mal auf dich warten, oder so. Oder warten, bis das hier so... Alter. ...zurück geht. Ich glaub, hier war was ganz... Na, Scheiße. Warte, da. In diesem Viereck. Da musst du in die Mitte springen. Ganz in die Mitte von diesem Viereck. Da ist ein Block. Oh. Das ist gemein, oder? Wer kommt denn auf sowas? Ja, also ich wäre nicht drauf gekommen. So, hier haben wir die... Äh, Zeit ist der Könung, hab ich mal. Ja. Wie ich geschüttelt hab, ist er einfach oben geblieben. Ja. So, wo die dritte ist, weiß ich, ist gerade nicht auswendig, aber... Nee, vielleicht? Nee. Wo nicht? Hier. Ist, glaub ich, irgendwie mit Lucky 2. Irgendwo hinfliegen, würde ich mal schätzen. Ja, der erschafft auch noch diese... Okay. Alter, sicher... Oder ist tot? Oh. Nein. Eins, zwei, drei... Vier, fünf... Acht. So. Also stirb. Kann die... Stürbt die nicht? Wow. Ah, da muss man vielleicht runter? Nee. Hier. Ja. Alter, Zeit. Zeit. Boah, ne. Nice. Auch noch geschafft. Ja, das ist schön. Wieder First-Roy. Alter, dauernd First-Roy ist hier, ne? Hm. Richtig geil. Ja. Geil, geil. Richtig geil. Kann ich nicht sagen, aber wir gehen zum nächsten Part weiter mit... Weil wir so viel geschafft haben. Geht zum nächsten Part erst weiter mit der Sandkuchenbürste Schloss, Magma Fondue in Mortens Pressfestung, die erste und zweite Starcoin und das neue Level, was wir freigeschaltet haben. Oh, ja. Aber dann auch. Also, freut euch schon auf den nächsten Part. Bis dann und... Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.